Gabriel Bornsteins, 45 Minuten bis Ramallah, brandneu erschienen. Der Roman hat drei Handlungsorte, Hamburg, Ost-Jerusalem und Ramallah. Sehr ungewöhnliche Mischung, ich glaube einzigartig, mir ist nichts bekannt, was diese Länder, geschweige denn die Orte, miteinander verbindet. Er hat das gemacht. Er hat diesen Roman nach seinem eigenen Drehbuch für diesen Film geschrieben. Auch das ist eher selten. Es ist sehr, sehr gelungen. Ich kann diesen Roman nur loben. Allerdings eine kleine Warnung gibt es. Wer meint ernste Themen, dürfte man nicht mit bitterbösem, galligem Humor verarbeiten. Für den ist 45 Minuten bis Ramallah gar nichts. Das Wort Roadmovie, oft benutzt, bekommt bei diesem Roman eine ganz starke eigene Bedeutung. Der Roman hat ein unglaubliches Tempo. Drive hat dazu sprachlich ganz eigenen Sound. Das hat er geschickt gemacht. Hauptfiguren sind zwei Brüder, die wirklich Hamburg, Ramallah, Ost-Jerusalem. Es geht um eine illegale Beerdigung. Eine Hochzeit spielt eine ganz wichtige Rolle. Und immer mehr erfährt man als Leser über die Situation in den besetzten Gebieten, in Ost-Jerusalem selber, Ramallah. Und dieser Aufbau hat mir total gut gefallen. Passt auch so zu der Stimmung im Buch. Und das ist, wenn man das so sagen kann, Monty Python bearbeitet ein ernstes Thema. Aber sehr, sehr gelungen. Es gibt viele Beispiele, wo Autoren, Autoren, die vom Film kommen, für den Film arbeiten im Bereich Drehbuch. Das kann gut ausgehen. Das kann auch meiner Meinung nach nicht so gut ausgehen. Hier bei Gabriel Bornstein ist es nicht nur gelungen, sondern man merkt, dass er auch, so habe ich gehört, an mehreren Universitäten, Dramaturgie gelernt hat. Und das ist ihm einfach klasse gelungen, das handwerklich hier einzuarbeiten, weil der Plot ganz unterschiedliche Stimmungen beinhaltet. Und ich glaube, das kommt von seinen handwerklichen Fähigkeiten. Der Mann hat sicherlich viel gelesen, viel gelernt. Und wie gesagt, ich kann mich immer nur wiederholen, in Deutschland klingt der Begriff ganz astrales Handwerk ja oft leicht negativ. Ich finde das Quatsch. Ich finde, Handwerk ist fast immer die Basis von guten Sachen. Ob das ein Holztisch ist, ob das ein Buch ist, ob das ein Film ist. Und hier, wie gesagt, mehr als gelungen. Kaufen und dann lesen.